hallo youtube und willkommen zurück zu let's play minecraft ja wir suchen jetzt tiere und der kai warum klappt das feuer eigentlich nicht ich sehe ich geklicken gegen schnee ich geb dir ich geb dir oha ich hab ja feuer als schwörte stemmen da hier sind zwei chickens wo bist du jammschicken schon dicke ausbeute euro und ändern ich geb dir ich hab auch machen auto wenn man so gegeben können wenn er es gleich kommt und mehr gibt und wir stehen nein ja nur weil du da hinten sind schweine ja ja guck mal beide angezündet babo hier sind schweine ok du lass weiter ich nehme die schweine mit wir machen zusammen ja ok Okay, dann suchen wir dann aber auch noch Kühe, ne, das sind die wichtigsten. Oh, jetzt ist der wieder dahinten da. Lass den mal. Guck mal, der macht jetzt roast beef. Lass den mal noch her haben, hier, Burda. Nehmen wir das andere Schwein da hinten mit. Nein! All, hallo! Oh, nein. Alter, der ist irgendwie geistig gestört oder so, kommst du mit. Ey, das Fein verfolgt mich! Warum? Ah! Oh, das ist der Mund! Nein! Alter, könnt ihr mal die Augen aufmachen? Das ist nur Schwein töten. Hier hinten war aber noch eins. Rotten Flash sieht jetzt aus wie ein Gehirn. Ja? Also soll ein Gehirn sein. Hallo, Alter! Könnt ihr jetzt mal mitkommen, ja, endlich? Lass doch nur noch einen Spann und nicht. Und ich hab zwei. Ah, okay. Okay. Such mal, Kühe. Ich komm mit. Ja, okay. Oder so. Ja, sie hören gut. Ach, nein. Hallo. Au, Mann. Hallo. Ey, das ist so geil, Mann. Das ist voll gut. Hallo. Ja, der Junge ist ja behindert. Mach du mal. So, was ist das? Siehst du das? Hast du das gesehen? Was denn? Guck mal. Siehst du das? Was denn? Gras. Nein, guck mal hier. Wenn ich so... Bei mir sind dann immer so... ...so, so, so, so... ...grüne Dinger an der Seite vom Dorf. Sternchen! Ja, ja, was ist das? Keine Ahnung. Ist das neu? Ist das nicht mehr? Doch. Ey, was war das? Keine Ahnung. Alter, Junge. Frust trinken. Der andere ist hier hinten, ne? Ja, Junge, die hören nicht mehr. Ich hol den. Ich hol den. Ja, okay. Na, ich hol du den. Der hört mir nicht zu. Viel Spaß. Ey, der sieht immer aus dem Dumm oder so? Ich steh direkt vor dem und der macht nix. Danke. Wettrennen. Oh, wir hätten eigentlich Schweinreiten machen können mit dieser Angel, oder? Hä? Man kann so die Schweine jetzt reiten. Lass mal machen. Ja, wenn wir eine Angel und ein Dings hätten? Kann man jetzt gleich auch machen? Oh. Egal, ich crafte schnell zu angeln. Bist du schon zu Hause? Nein, ich lauf jetzt nach Hause. Ich geh durch den Gang. Ah ne, die kann keinen Freitern runter, ne? Nein, wär auch ein bisschen unlogisch. Warum steht hier ein einzelnes Schwein? Wo bist denn du mit deinem Schwein? Ja, ich geh kurz nach Hause und hol zwei Angeln. Ach so, okay. Solltest du hierbleiben mit dem Schwein? Ja. Ich schreib kurz ne SMS. Warte, ich muss gerade auslaufen. Ja, wie spielst du jetzt auch in der 1.5 ist das, ne? 1.5.1 Genau. Ja, es gibt halt diese Scheiße, ne? Formen Strings, Alter. Und the Quads. Beim Haftop vielleicht. Ja. The Quads. Zack. Ja, wie machen wir nochmal ne? Ähm, zwei Stücken, drei Strings. Oder andersrum. Hä? Alter, bin ich behindert? So quer ist nix, glaub ich. So diagonal rüber und dann so runter zwei... Ach so. Ja, stimmt. So, zwei Angeln. Wie machen wir das jetzt mit einer Karotte? Ach so. Einen Sattel bauen wir glaub ich auch. Einen Sattel? Mhm. Zack, zack. Ich bin auf dem Weg. Hast du Sattel? Ja. Ja. Wofür nicht geht das überhaupt? Oder hab ich... Geht das? Ja, oder? Irgendwo hab ich das mal gehört. Mal gucken. Ich weiß gar nicht wo ich hinlaufe. Ich weiß gar nicht wo ich hinlaufe. Wie darf das geradeaus laufen? Vom Haus aus oder? Ja, vom Haus aus dann reich, dann geradeaus. Warte mal. Ich weiß gar nicht wo ich bin. Oh. Ah ok. Jetzt war ich halb. Oh, das ist eigentlich war nichts mit weggelaufen. Ich krieg das coole Schwein, du kriegst hässliche. Oh, muss ja was, lass mir das schreiben. So, fertig. ich bleibst du ja ich bin jetzt hier knapp an der farm die laufen kommt mal okay ich bin auf der andere seite von der farm und der end sprint ist ja bald überquerte linie so guten tag sattel drauf sattel drauf chill doch mal ihr nehmt den flitzer hier der ist cool ja guck mal jungen wieder geht voll ab der typ jungen ich bin erster was laberst du man kann aber nicht stehen bleiben war oha wie schnell die sind kann er springen ja der kann springen oha das wird abgenutzt wie oh stimmt fuck ich hab mich festgefahren junge alter ich schwör der ist so schnell nein 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 nicht ins wasser fallen nein mein schwein da trinkt mein schwein ist ne mein schwein ist nicht tot schwein komm komm schwein alter wir gehen bis zu fahren ne ja ich bin jetzt gleich da oha ich bin nur langsicht da ich bin im wasser gefallen komm ich bin jetzt da mein schwein ertrinkt komm schwein und da ist die zielinne komm jawohl da ist das ding gut schwein darfst du doch meinen sattel wieder haben schwein ne egal behalte meinen sattel so sind unsere rennschweine die werden voll schnell jaja voll geil das hat sie wirklich voll geil gemacht ne ja vor allem man kann das ist voll der bug man kann durch ein große lücken damit ja guck mal da genau oha Junge my free farm ok hier kommt mal her oh das müsste mit jedem tier gehen ey hallo bruder ja auf ne chicken ist klar auf maku mach einfach gerne auf pülen und auf nem schar au mann der hört mich nicht ja endlich der ich mach pferde geben das wäre voll geil ein paar nein hallo mein freund ja endlich der hört mich zu okay geh mal weg heim du nimmst den richtig durch Jawoll, das wäre geil, hätte der jetzt auch einen Sattel. So, jetzt kommt das geilste von allen, jetzt können wir. Jetzt müssen wir auch Dinge suchen, ne? Ja. Kühe? Ja. Ey, wieso ist dein Arm in deinem Gesicht drin? Weil ich das so mag. Okay, komm. Oh, ich hab keinen Nusspänner. Ja, wir müssen jetzt Kühe suchen. Ja, komm, wir laufen hier lang. Ja, wo bist du, wo ist denn hier? Ich bin rechts vom Eingang vor. Oh, der ist Dschungel. Das war geil. Da findet man Kühe sehr viel. Aber was haben wir Ocelot? Ne, hab ich keinen Bock drauf. Oh, das ist gut. Die sind voll gut. Ja, voll nützig. Oh Junge, laufst du durch den Wald? Ja. Oh. 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 Oh, den Plus. Alter, nerv mich doch jetzt nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier vorne irgendwo. Ja, okay. Ich weiß wo. Hinter dir. Aber ich hol auch, weil ich Usain Bolt bin. Oh, Usain Bolt. Okay. Alter, Usain Bolt kann nicht so gut schwimmen. Was ist? Wo? Bist du in die Cave gegangen? Nein. Oh Mann. Ja, danke. Nett, ne? Geht, ne? Daaa. Alter, ist das hier pädophil. Oh, es wird wieder dunkel. Ist doch geil. Oh, und der andere Seite geht Duck wieder runter. Ah! Was hast du denn jetzt genommen? Ich werde ja fast unterfallen. Wie kann man so toppen sein, ey? Hä? Das ist doch gar nicht so hoch. Sag auch noch. Ist mir gerade fast runtergefallen. Habe ich einen extra runtergegangen. Normalerweise stört man da nicht. Ich glaube, die fallen den Fallschaden oder so erhöht, Alter. Na guck mal, das ist doch gar nicht so hoch. Alter, wo sind meine Sachen? Die liegen alle hier. Hast du irgendwas von mir geklaut? Na. Ja. Gehirn, guck hier. Hier, guck mal, Gehirn. Das ist nur ein Zweck, so du Spaß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, du Otto. Aber ich habe keinen Zweck. Ja, das stimmt. Oh, wie dunkel es ist. Habe ich auch irgendwie auf Wüste oder so? Ja. 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 Alter, Junge. Na ja. Wie soll man denn hier durch mit Kühen? Hahaha. Oh, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Egal. Wir finden einen Weg rum. Ich will vor dir sein. Geh weg. Mann Junge, lass mich doch mal. Ist das eine Kuh? Oh, scharf. Der Pfarr ist aber auf der Ende, oder? Fast. Schweine. Das ist normalerweise endlich. Weine nicht, wenn der Rögel fällt. Ich geh. Oh, nee. Hier ist Wüste. Bei mir ist keine Wüste. Ja, hier links. Bei mir ist keine. Ich geh nicht. Oh, nee. Die ist jetzt auch noch vor uns. Egal. Vielleicht spielt in der Tempel. Genau. Alter, kannst mal sterben. Gelten. Gelten. Oha, die kann er durchs Wasser schießen. Ne. Glaubst du im Wasser ist eine Mauer, oder was? Ne, aber eigentlich werden die Pfeile ja fliegen. Alter, ich bin gleich tot. Wie langsamer? Ein halbes Herz. Oh, wer haut mich da? Du hast jetzt wirklich gar nicht getötet. Ich weiß. Was ist Creeper hinter dir? Halbes Herz. Guck mal, da ist Klepp. Guck mal, da ist Klepp. Ich hab gar keinen halbes Herz. Guck mal, da ist Klepp. Guck mal, da ist Klepp. Ich hab gar keinen halbes Herz. Alter, Alter, Alter. Junge, wo lebe ich hier? Ich hab nur zu fahren. Nein, nein. Oh nein, ist wieder der Dschungel. Jawoll. Jackpot. Oh nein, wir schwimmen jetzt nicht wieder drei Kilometer, oder? No. No. Oh, Tenor. Alter. Ja, das ist eine Kacke. Wir finden ja gar nichts. Das wollte ich schon immer mal finden. Alter, was ist denn das da für ein Berg? Guck mal, wenn wir einmal auf Tiersuche gehen, direkt kommt so eine Scheiße. Toll, wir haben da fast welche. Jo. Untereinander. Oh, jetzt muss ich wieder irgendwas... Oh, ich hab nichts mehr zum Staken. Du hast mein Dirt. Ich? Ja, du. Nein. Ne, hab ich nicht. Doch. Ne. Monster. Wo? Da drin. Sind bestimmt, sind bestimmt Monster. Böse Monster, du liebe. Ich glaub böse. Oha, so wie der Monster AG? Ja. Oha. Alter, hier sind ja drei Millionen Schafe. Ne, ich zöb mich gleich, ne? Wo bist du, Alter? Ich hab' den Plan, die sich dringend runter gefallen. Ah, gut. Da steht jetzt auch ein anderer Text, aber ein Feld, ne? Was stand da eben? Feld from a high place. Versteht das ja jetzt überall. Hä? Was? Versteht das ja jetzt bei jedem ein anderer Text. Alter, wo bist du? Ja, kein Plan, ich muss hier wieder den nächsten Berg hochgehen. Ich stipp hier, mich, ja. Nein! Junge! Kein Bock, mich hier zu verirren. Was ist das für eine Kacke, oh! Alter, hier sind ja gar keine Kühe. Ja, wohnt denn auch? In den Bäumen drin, oder was? Ja, könnte so sein. Ey, ich krasse gleich aus, ey. Wo sind die hier? Ja, jetzt fallen wir wieder runter. Aua! Nicht hauen. Äh, Leute, was ist das denn? Schon tot. Oh mein Gott, ich kann mal so dumm sein. Hast du ihm das Loch gefallen? Nein! Alter! Oha, Pfeffer! Meine Sache, na? Ich hab ein Herz. Ich hab ein Herz. Warte mal. Meine Sachen... Ich hab ein Herz überlebt, oah. Meine Sachen liegen hier überall vor... Alter, nein! Ich hab ein Herz überlebt, Alter. Krass. Der hat alle meine Sachen zerstört, glaub ich. Voll die Ratte. Wirklich? Ja, die meisten. Junge, warte mal bitte. Ich muss kurz gucken, ob hier noch irgendwas übrig ist. Ja, wenn nichts übrig ist, dann töd dich einfach und geh nach... ...haut man tp mich mit zu dir. Da oben liegen sie. Oh, fuck. Das ist aber auch dumm, ne? Warum fällt der immer runter? Ja, weil ich das kann. Ey, du siehst dir wieder wüsst, das gibt's dann nicht, das ist doch voll die Verarsche. Und danach kommt bestimmt wieder der Dschungel. Ja. Wir laufen mal quer durch. So. Ich will nämlich... ...eine Ananas. Was? Ja, hier ist jetzt auch mal Part-Ende. Hm. Was? Wenn wir schon in der Wüste sind, kann man da auch mal eine Pyramide finden. Hier ist Part-Ende, glaub ich. Ja, okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss. 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 Tschüss.